herzlich willkommen zu einem neuen video mit broker finmax und meinem kleinen konto ja beim ersten tag mit 1021 euro angefangen nach 25 tagen bin ich nun bei 4752 euro und 61 cent das entspricht einem durchschnittlichen tagesgebiet nach 25 tagen von 149 26 meine einstiegsstufen sind 40 100 und so weiter ich starte also mit 40 euro als nächstes suche ich mir einen trade nach meinen einstiegskriterien im metatrader 5 ich handle 60 sekunden bis zwei minuten mache zwischen 2 und 5 trades 1 1 2 1 2 2 3 2 Vielen Dank. Vielen Dank. Und gleich noch mal. Und noch mal. Und noch ein viertes Mal. Und noch mal. Und noch mal. Die letzten 10 Sekunden laufen. Aktuell sind alle 4 Trades im Gewinn. Perfekt. Das entspricht einem Tagesgewinn von 751 Euro und 10 Cent. Du möchtest ähnliche Ergebnisse erreichen, dann bewirb dich für mein Privateinzelcoaching. Bis zum nächsten Mal. Adios.